Da ist unsere aktuelle Platte drin. Unsere CD, keine DVD. Falls ihr Lust habt, euch die mitzunehmen, das sind alles Einzelstücke. Und Ein Mann mit Wut wird sie euch gerne verkaufen, falls ihr Lust da seid. Der nächste Song ist nicht von dieser Platte. Aber er ist hauptsächlich gut. . . . . ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Overseas 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 Overseas